In Ihrem Samsung-Fernseher steckt schon ein digitaler Videorekorder, aber um aufnehmen zu können, benötigen Sie noch eine externe Festplatte. Ich habe jetzt bei meinem Fernseher eine externe Festplatte angeschlossen, ganz egal welche das auch sein sollte vom Fabrikat her. Ich empfehle Ihnen, dass sie eine gewisse Mindestgröße hat, ich sag mal 500 Gigabyte, denn Sie können ja auch in HD aufnehmen. Das ist eine relativ hohe Datenmenge. Die Festplatte schließen Sie einfach per USB an der Seite des Fernsehers hinten an. Sie haben einen USB-Anschluss, wo drauf steht 1 Ampere. Das ist der mittlere von den dreien. Der ist dafür ausgegeben, auch Festplatten mit Strom zu versorgen, dass sie auch vernünftig laufen. Auch da können Sie eine Festplatte anschließen, um auch Musik, Videos oder Fotos anzuschauen. Aber jetzt geht es um die Aufnahmemöglichkeit. Angeschlossen ist meine Festplatte jetzt. Der Fernsehsender läuft. Jetzt denke ich mir, ich drücke auf der Fernbedienung einfach mal auf die Pause-Taste, dass ich das Time-Shift machen kann, das zeitversetzte Fernsehen. Machen wir das. Und siehe da, ich muss noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar soll die Festplatte formatiert werden. Das heißt, Samsung passt die Festplatte vom Inhalt her so an, damit darauf aufgenommen werden kann. Deswegen bitte, wenn da noch andere Daten drauf sein sollten, die sind dann verloren. Ich erkläre Ihnen auch gleich, warum. Ich starte das schon mal. Formatierung OK. Dann wähle ich jetzt nicht meinen USB-Stick, sondern die Festplatte aus, die ich angeschlossen habe. So. Alle gespeicherten Daten werden gelöscht. Ja, das weiß ich. Und schon geht's los. Der Hintergrund ist einfach ein Kopierschutz. Nicht nur Samsung, sondern andere Hersteller sind verpflichtet, dass wenn Sie die Aufnahmemöglichkeit bereitstellen, dass diese Aufnahmen auf der Festplatte nur auf dem Fernseher zu sehen sind, auf dem sie aufgenommen worden sind. So wird jetzt quasi die Festplatte mit dem Fernseher, sag mal, verheiratet. Selbst wenn Sie den gleichen Fernseher noch mal im Schlafzimmer haben oder im Kinderzimmer, wird es nicht funktionieren, dass Sie die Aufnahme von dem einen zum anderen mitnehmen. Das ist einfach aus kopierrechtlichen Gründen so. Und da ist Samsung nicht der einzige Hersteller, sondern das gilt für alle anderen genauso. So. Die Leistung wird jetzt noch kurz überprüft. Das heißt, der Fernseher will sicherstellen, dass er auch die Daten eines HD-Films schnell genug auf der Festplatte speichern kann, damit da nichts verloren geht. So. Die Formatierung ist abgeschlossen und ich wollte ja gerade das zeitversetzte Fernsehen nutzen. Und deswegen fragt der Fernseher nach, ob das immer noch aktuell ist. Ich sag mal abbrechen, denn ich zeige Ihnen das nochmal von vorne. Ich schaue jetzt gerade ein Fernsehprogramm. Ich habe meine Festplatte angeschlossen. Ich habe die Möglichkeit jetzt aufzunehmen und dann klingelt es an der Tür oder am Telefon. Und ich bin abgelenkt, aber ich möchte das Fernsehprogramm nicht verpassen. Also was mache ich? Ich drücke auf der Fernbedienung die Pause-Taste, ganz unten in der Reihe, und dann startet das sogenannte Timeshift. Das sehen Sie hier jetzt. Und das Fernsehprogramm wird eingefroren. Alles, was jetzt noch gesendet wird, wird auf der Festplatte für mich gespeichert. Und zwar so lange, bis ich wieder weiter schauen möchte. Ich drücke dann einfach nur auf die Play-Taste. Das mache ich jetzt einfach mal. Play. Und schon geht es genau da weiter, wo ich vorher aufgehört habe. Ich nutze diese Funktion übrigens als Tipp auch dafür, um dann auch mal die ein oder andere Werbepause überspielen zu können. Wie das funktioniert? Klassiker, 20.15 Uhr, Samstagabend. Alle sitzen da und schauen. Und dann gibt es nach 15 Minuten die erste Werbung. Also habe ich mir gedacht, ich fange dann mit dem Fernsehsender nicht direkt um 20.15 Uhr an. Ich stelle dann schnell auf Timeshift, erledige einfach noch was, gucke noch mal nach ein paar E-Mails und starte dann mit meinem Fernsehen erst um 20.30 Uhr. Das heißt, ich habe 15 Minuten Puffer und dann kann ich schon mal die erste und zweite Werbepause einfach vorspulen und kann einfach die Sendungen komplett genießen. Das ist Timeshift. Wenn ich das Ganze beenden möchte, drücke ich einfach auf Stopp und schon bin ich wieder bei meinem Ausgangsprogramm und alles ist beendet. So, einmal noch kurz bestätigen. Okay, Timeshift ist angehalten. Fertig. Das ist eine Möglichkeit. Die nächste Möglichkeit ist es natürlich auch, ja, ich bin nicht immer zu Hause, wenn die Sendungen kommen, also möchte ich auch gerne programmieren können. Ich möchte sagen, Mensch, nimm das bitte auf und wenn ich zu Hause bin, möchte ich mir das angucken. Ganz einfach, ich drücke auf der Fernbindung auf den Guide, dann sehe ich ja hier die Übersicht von meinen drei Favoriten, die wir ja eingerichtet haben. Dann mal als Beispiel gehe ich mal ein bisschen weiter beim ZDF nach vorne und sehe, da kommt dann später noch hart aber herzlich beim ZDF Neo. Dann drücke ich auf Enter, bekomme Informationen und sage, da bitte eine Aufnahme programmieren. Das heißt, ich sagte im Fernsehen, bitte nimm um 17.10 Uhr für mich heute diese Serie auf. Einfach kurz bestätigen und schon sind sie neben der Serie das rote Symbol für die Aufnahme. Was wir halt auch sehen, ich kann es nicht nur aufnehmen, sondern ich kann auch eine Wiedergabe programmieren. Das heißt, der Fernseher würde automatisch den Sender wechseln, wenn diese Serie startet. Aber wir haben jetzt programmiert, können jetzt ganz in Ruhe unterwegs sein, Einkäufe erledigen, das Wetter genießen und wenn wir nach Hause kommen, gucken wir uns dann unsere Lieblingsserie an. So, einmal wieder zurück zu meinem Fernsehprogramm. Ich schaue mir jetzt gerade mit Ihnen zusammen eine Kochsendung an und denke mir so, wow, wie lecker, das möchte ich gerne nachkochen. Ich möchte aber jetzt nicht warten und das Ganze über Timeshift aufnehmen. Ich möchte auch keine Aufnahme programmieren, sondern ich möchte es einfach aufnehmen in dem Moment, wo ich es sehe. Also klicke ich auf die Taste Info, dann nochmal auf die Taste Enter in der Mitte, dann bekomme ich eine Information über die Sendung und sage, bitte aufnehmen und schon startet die Aufnahme automatisch auf die angeschlossene Festplatte. Ich gucke mir jetzt das Fernsehprogramm weiter in Ruhe an mit Ihnen gemeinsam und die tollen Rezepte und die Tipps und so, die werden jetzt natürlich auch parallel auf der Festplatte gespeichert. Wenn ich das Ganze beenden möchte, drücke ich einfach auf die Stopp-Taste und sage Aufnahme beenden, OK und Aufnahme ist abgeschlossen. Ich kann jetzt direkt sagen Wiedergabe, kann mir das nochmal anschauen, aber ich gucke mal weiter, denn ich möchte Ihnen ja noch zeigen, wo Sie die Aufnahmen generell finden, wenn Sie nach Hause kommen und haben Ihre Sachen programmiert. Das ist ganz einfach. Sie gehen auf den Smart Hub und gehen dann unten rechts direkt bei dieser Übersicht meine TV-Programme. Ganz unten rechts ist der Programmpunkt TV-Aufzeichnung. Einmal auswählen, dann habe ich ja meine Festplatte angeschlossen. Das ist mein USB-Stick. Da ist die Festplatte die große. Einmal aktivieren und schon sehe ich einen Ordner von heute und da ist die Sendung, die ich gerade aufgenommen habe. Also es ist ganz einfach zu finden. Einen letzten Tipp habe ich noch für Sie, wenn Sie nämlich etwas programmieren möchten und das zwar nicht über den TV-Guide, sondern Sie wissen ganz genau den Sender und wissen auch wann, dann gehen Sie ins Menü, auf den Menüpunkt Sender-Empfang, dort auf den Programm-Manager und jetzt können Sie hier eine Programmierung durchführen. Sie sehen ja, eine haben wir ja gerade schon programmiert für nachher. Drücken jetzt einfach da nochmal Enter für eine neue Programmierung. Sagen, ich möchte eine Aufnahme programmieren. Wählen jetzt noch die Empfangsart aus, falls Sie vielleicht Satellit und Kabel oder Satellit und DVB-T angeschlossen haben. Wählen den Sender aus, sagen wie oft das Ganze, noch Datum, kann man ganz einfach durchgehen. 16.8.2013, sagen noch die Start- und die Endzeit und sagen dann zum Schluss, okay, automatisch programmiert und dann haben wir es dann. Wenn Sie das Ganze über den Guide machen, haben Sie jetzt schon die Information, wie die Serie heißt, die Sendung, die Sie aufnehmen. Wenn Sie es manuell programmieren, dann steht da noch kein Programm-Name mit drin. So, das war alles zum Thema Aufnehmen. Und in Ihrem Samsung-Fernseher steckt ein voller digitaler Videorekorder in HD-Qualität. Das einzige, was er noch benötigt, ist eine externe Festplatte und dann kann es losgehen. Das sind die